Nächster Redner hat Johannes Saathoff von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Ralf Lenkert, also ich weiß nicht, wo das bei uns im Gesetzentwurf stehen soll, dass Besitzer von Smartphones künftig die Daten nicht bekommen sollen. Selbstverständlich bekommen sie diese Daten, das ist überhaupt gar keine Frage, und sie bekommen sie auch online, denn sie sind Herr ihrer Daten und können darüber nach diesem Gesetz entscheiden, wer die Daten wann bekommen soll. Und zweitens, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie so ein Kühlschrank aussieht, der so eine Last dann plötzlich im Haushalt erzeugt, dass wenn man ihn aufmacht, also wenn man 200 Watt Bier in seinem Kühlschrank hat, dann sollte man über Energiewende zunächst mal in seinem Kühlschrank nachdenken und dann anschließend zu Hause. Worum geht es, meine Damen und Herren, worum geht es? Es geht darum, dass in der Energiewende grundlegende Veränderungen entstehen, nicht nur in der Produktion, sondern in der ganzen Welt der Energiewende, also auch bei den Nutzern und auch beim Verbraucherverhalten. Früher hatten wir die Situation, dass man die Produktionskurve der Verbrauchskurve angepasst hat. Künftig werden wir das so einfach nicht mehr regeln können, denn die Produzenten sind kaum regelbar in der erneuerbaren Energie. Das heißt, wir müssen ein Stück weit auch anstreben, die Verbrauchskurve der Produktionskurve anzupassen. Und darum geht es heute. Ich will an dieser Stelle nur andeuten, dass wir im letzten Jahr allein Redispatchkosten hatten von einer Milliarde Euro. Und die haben etwas damit zu tun, dass wir eben nicht die Verbrauchskurve auch der Produktionskurve anpassen können. Und damit wir das können, dafür reicht dieser über 70 Jahre alte Ferraris-Zähler, der zu Hause hängt, längst nicht mehr aus. Dafür brauchen wir Smart Meter. Und zunächst geht es an die Großen, also an die Low-Hanging-Fruits ab 6.000 Kilowattstunden, damit jemand versteht, wer ist da eigentlich von betroffen oder nicht. Ein durchschnittlicher Haushalt hat 3.500 Kilowattstunden. Das gilt übrigens auch bei Mietern in der Frage, denn meines Wissens gehört der Zähler zur Wohnung und nicht zum Haus insgesamt dazu. Aber darüber reden wir noch mal. Darüber reden wir noch mal miteinander. Es geht um Daten und es geht um Datenschutz. Und wie man in Ostfriesland sagt, Oppen, Holten, Ambold, kannst du kein Isen skaben. Also mit anderen Worten, man braucht ein vernünftiges Werkzeug, um hier vorzugehen. Drei Jahre lang hat es eine Projektierung des Datenschutzkonzeptes gegeben mit dem BSI zusammen. Lange Zeit, finde ich auch. Viele in der Branche finden viel zu lange. Aber das Konzept, das jetzt vorliegt, ist einmalig in Europa. Und die Kritik der Verbraucherschützer, die wir gerade in diesen Tagen in den Medien auch lesen können, die ist für mich völlig unverständlich. Denn grob skizziert wird Folgendes geregelt. Die Daten bleiben generell beim Verbraucher. Er entscheidet, wer diese Daten bekommt. Nur wer sie unbedingt benötigt, bekommt die Daten automatisch. Das ist der Netzbetreiber, der Energieversorger und der Handel, für den sich der Verbraucher entschieden hat. Das Recht, Daten zu bekommen, das hat Frau Staatssekretärin Gleicke schon gesagt, folgt der energiewirtschaftlichen Aufgabe. Und nur dafür dürfen die Daten auch tatsächlich verwendet werden. Also nur für die energiewirtschaftliche Aufgabe, nicht um nebenbei noch Eis zu verkaufen. Und der Kunde entscheidet am Ende, wer die Daten dann zusätzlich noch bekommen soll. Und da wissen wir ja, wie Kunden sich dann auch manchmal verhalten. Der König beim Wettbewerb um die Daten ist also der Kunde. Und das bleibt ja auch nach diesem Konzept. Und die Kritik, dass variable Tarife nicht vorhanden sind, ist doch eine klare Henne-Ei-Problematik. Denn wenn wir die Infrastruktur nicht haben, haben wir auch die Tarife nicht. Also brauchen wir zunächst erstmal die Infrastruktur. Insgesamt profitieren alle Verbraucher in Deutschland davon, wenn die Netzbetreiber ihr Netz exakter steuern können. Und genau darum geht es. Die Besitzer von Smart-Mietern mit variablen Tarifen würden dann aber doppelt profitieren. Und die Smart-Mieter-Kosten sind klar begrenzt. Es gibt eine Diskussion darüber, ob die Verteilnetzbetreiber oder die Übertragungsnetzbetreiber oder beide die Smart-Mieter-Daten dann anschließend auch haben sollen. Im Gesetzentwurf steht, es sollen beide bekommen. Darüber werden wir noch Gespräche zu führen haben. Aber mit folgenden Zielen. Kleine VNBs sollen nicht vom Markt gedrängt oder benachteiligt werden. Zweites Ziel. UNB und VNB sollen ihr Netz optimal betreuen können. Und drittes Ziel ist, Netzentgelte sollen gesenkt werden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können jetzt doch nicht ins Wochenende gehen. Wir müssen nämlich noch die Überwachung.